So, holen Sie, gentlemen, hallo und herzlich willkommen hier zurück. Oh mein Gott, zum Entgegner, zum Entgegner zum Einerbösen, Bösen, Bösen, Bösen. Yeah! Oh, oh, nicht runterfallen. Brenne, Brenne, Brenne! Brenne! Yeah! Genauso, nicht anders. Ausleck! Jawoll! Oh! So! Wir gehen baden, denn baden ist so schön. Baden, 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 baden ist so schön. So, also ich muss hier aufpassen, dass ich hier nicht runterfalle, weil hier kann man runterfallen und ich habe keine Schwimmärmchen an. Oh. So. Ahem. Bin mal gespannt. Verdammt, verdammt! Verdammt! Was, ich habe mich aufgeregt? Nein. Nein, das war so eine Beruhigungspause. Das war eine ganz kleine Beruhigungspause. Ja, ich sollte aufhören, mit dem Feuer zu spielen. Ich glaube, das könnte Rösen ändern. Oh je. Ich hoffe, der zu laufen. Das macht man nicht. Das macht man nicht! Macht man nicht, 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 macht man nicht. Komm her, hm? Oh, er ist reingelaufen. Und wieder reingelaufen, ne? Ja. Hä? Nicht euer Ernst! Nicht! Nicht euer Ernst! Bin ich jetzt tot? Okay, 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 okay. Aber trotzdem, nicht euer Ernst! Das kann ich euer Ernst sagen! Coole Sache. Und was kommt jetzt? Achso, ah, ja. Jetzt kommen wir hier, jetzt wird hier gerettet. Gute Arbeit, Marine. Oh, dankeschön. Und wir haben mal wieder die Welt gerettet! Beziehungsweise Rimmas! Okay. Ja, wir wollen uns jetzt nicht großartig anhören. Mei. Geil, oder? Sag mal, jetzt tun wir fertig. Jetzt fehlt nur noch eins und zwei. Oh mein Gott. Wahnsinn! Also, es ist wirklich für die Zeit, glaube ich, war das Spiel der absolute Hammer. Und ich finde es auch jetzt immer noch gut. Ich meine, es ist wirklich das allererste Spiel, was mich, was, das allererste Spiel, wo ich wirklich mit Grusel und mit so einem Kack, wo jetzt so Horror und so einem Zeug in Verbindung gekommen bin. Das war das allererste. Und das hat mich geprägt. Das hat mich echt geprägt. Aber jetzt haben wir es gespielt. Ich habe meine, meine traumatischen Erlebnisse habe ich überwunden. Und jetzt sind wir fertig. Episch. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hatte es dir gefallen. Sehr kurze Folge. Also, ich hatte irgendwie, irgendwie hätte ich mir das schlimmer, schwieriger vorgestellt. Aber, okay, gut. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hatte euch gefallen. Und würde mich freuen, wenn ihr bei einem, wenn wir uns bei einem anderen Video sehen. Wenn ihr ein anderes Spiel vorschlagen wollt oder irgendwie, keine Ahnung. Kommentieren. Ich, ich schweif schon wieder vollkommen ab. Deswegen, ne, mein Name ist Ben. Und ich sage für Doom 3, die BFG-Edition, also für Doom 3, Resurrection of Evil, also für die Add-ons und Add-Ad-ons, auf Wiedersehen. Tschüss.